Wir sehen uns morgen kurz nur auf dem Alexanderplatz, denn der internationale Frauentag, wisst ihr jetzt alle, ist halt ein Feiertag und bei ihm haben wir uns verdient. Doch da ist Strom, wirst du sehen. Und wenn die stellen wir dich da als Lampe auf, da kennen wir nicht ehrlich.